Hallo meine Lieben Leute, Willkommen zu einem Video von dem Namen Peter und heute machen wir ein Gameplay von dem Spiel Fortnite. Also ich fahr richtig auf das Spiel ab und ich wir haben schon mal ein Video gedreht und schon mal einen Part gemacht. Da war einer dieser schlechten Tage von dem ich euch erzählt habe. Ich bin einfach richtig schnell gestorben, weil es hier richtig dumm war. Ja, das war aber mir ein bisschen verbessern. Ein bisschen, nein, das war nicht ein bisschen verbessern. Ja, also, wir springen mal bei Pleasant Park raus. Ja, das machen wir, weil er wollte es ja nicht so langweilig haben. Ich glaube schon, dass da viele Leute fliegen gerne und da dachte ich mir einfach mal, heute bin ich mal ein paar, ich bin mit Filz gekommen. Ja, weil heute bin ich richtig gut drauf und ja, wie auch immer. Ich bin klein. Ich bin recht. Ich bin relativ gut drauf gesprungen und mich war gar nicht wohin gefliegen. Zum besten Haus, was gibt's viele. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht. Aber ich glaube, letterspeak. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ich kann jetzt empeangen. Ich kann jetzt hier schön hinfügen. Also, hier, ist das hier, was Du bist, die drögerlich sind. Oh, shit. 4 4 4 4 1 2 2 3 4 3 4 Ach, hier gibt's was. Komisch. Cool. Ja gut, ich hab's hier gebraucht in die Schlacht. Ich weiß eigentlich, ob ich die Schlacht ganz anders sein kann. Ich weiß, ob ich die Schlacht... Ich hab keine Schlacht, dass sie in den Knüllen stehen. Ja, hier ist schon das gewesen, oder? Ich bin es. 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 Nein! Mann! Ah, fuck. Ist egal, Leute. Ähm, ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Nein, das Video ist übrigens noch nicht zu Ende, weil ich mir verarschen habe. Ne, ich habe ein Video überlegt, ob wir aufhören. Und ich, was ich gerade gemacht habe, war ziemlich scheiße. Ich habe es nicht geschafft. Oh, Mann. Ich glaube, wir haben noch vorwärts gesagt, ich habe nicht mehr einen Kind. Ne, doch, ich hatte einen, aber das ist nicht schlecht. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was richtig interessant ist, da tut das die Beko-Typos. Weil da sind immer Gegner, das kann ich euch garantieren. Das kann losgehen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann, Mann. Oh, Mann. ARD Text im Auftrag von Funk Prozent Warnung ich hab das Recht wird die Schleifte an die Tafel der Füße geschockt wenn ihr wollt dann könnt ihr wenn ich das Video gefallen hat Lachen weiter oder abonnieren und wenn ihr abonniert dann die Glocke aktivieren ja und bis zum nächsten Mal Und ich war wieder mal ziemlich scheiße.